Hallo Leute zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Wir zocken heute Walker Assault, Javi, Legatus und ich Legius gerade. Zwar in einer Party drin, aber ist gerade nicht da. Auf Bespin spielen wir. Ihr bekommt jetzt gerade so voll den Bespin-Flash, weil wir das DLC halt testen. Naja, würde ich sagen, legen wir mal los. Uh, Javi im ATSC. Ja, ich gebe mal ein bisschen Gas. Ich muss sagen, die neue Änderung von dem Explosivschuss finde ich gar nicht mal so schlecht. Dass man jetzt halt schneller überhitzt dadurch. Aber dafür schade, dass der selbe geblieben ist. Ja, Korni, wir können ja mal von zwei Seiten den rechten Abdenker angreifen, würde ich vorstellen. Warte kurz. Ich komme. Ich gehe mal von außen lang. Ich habe 100 Heils bekommen. Bin drin. Ja, ich bin schon wieder weggeleidert. Ja, ich bin dazu wieder tot. Ich habe nichts gesehen. Ich bin reingekommen, weil er es war so. Ich habe noch einen gekriegt. Aber das war es dann auch. Dengar ist da. Dengar. Wir haben General Lando Calrissian in der Nähe eurer Position gehofft. Das passt ja. Von unserer Scanner haben die Rebellen eine Uplinkstation aktiviert. Ein feindlicher Bomber hat unseren AT-AT als Ziel erfasst. Irgendwie kann man hier mit dem AT-AT nicht viel reißen. Nicht an der Position, in der du bist. Du bist weiter vor. Ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen. Vorne. Ja, tot. Na ja. Die Gatos ist auch wieder gestorben, oder nicht? Ja, jetzt bin ich mit Cloud Card dran. Ach so. Die Rebellen-Bomber nehmen unseren Kampfläufer aufs Korn. Rebellen auf 12 Uhr. Ah, der hat das Schild aktiviert. Auf der anderen Seite von dem Haus, Javi sind ganz viele. Ja, ich bin da. Ich räume auf. Rebellen nähern sich unserer Position. So, und hinter uns, Drellchen. Javi, guck mal hinter dir. Direkt bei der Treppe. Da ist einer. Ja. Okay, ist tot. Ja, ich bin auch mal tot. Moin. Zerfag, du auch mal bitte hier? Dankeschön. Ja, mich hat's erwischt. Hallo. Aber wo versteckst du dich hier? Boah, da hat's ja ganz viel. Ja, die sind alle da hinten, gerade. Dankeschön. Ja. Dankeschön. So. Boah, links ist ja einer mit dem Puls. Da hab ich erwischt. Okay, danke für den Hinweis. Ja. Komm mal. Wir spawnen da unten alle gerade. So, ich hab jetzt irgendwas freigeschaltet. Ich glaub, das war das Ruptor. Fuck. Du hast es auch nicht mehr geschafft. Du hast es leider auch nicht mehr geschafft. Ich hab grad noch... Nein, der hat mich ja auch voll erwischt. Ich hab grad die Bugtebauer für dich geschmissen, aber naja. So, gehen wir. Der Spot ist halt ziemlich gut. Du kannst auf das Cloudflug über uns auch gut draufschießen, Javi. Das macht ordentlich schein. Ja, ich hab Wolken-Liga zerstört. So hat mich der E-Elf. So, dann wollen wir jetzt hier drüben ein bisschen helfen. Weg mit dir bitte. Den Geschutz auch mal weg hier. Irgendwas. Oh, fuck, Achtung, Achtung, wir schütz hinten. Ich will grad Feuer draufsetzen, ob das weg ist, endlich. Ich brauche dafür ein bisschen Hilfe von dir. Ja. Boah, ich bin unten. Komm schon. Oh, ist weg, super. Ich bin grad aus dem ATS-T ausgestiegen und hab mir Vader geholt. Och ne, jetzt mich den ganzen Weg an, ne? Ich hab das Gefühl, dass der Explosivschluss auch mehr Schaden macht, wenn man jetzt trifft. Ja, das kann auch sein. Ich weiß es nicht ganz genau. Der Spot ist so geil. Achtung, Javi. Unten. Ja. Welche wollt ihr halten? Ach du Scheiße, von allen Seiten. Schnappen wir uns mal den Linken zuerst, oder? Okay. So. Ja, der ist da auch längst. Ja, das ist Legatus, glaub ich, oder? Genau. Perfekt. Ich hab wieder einen geilen Spot gefunden hier. Gibt's schon echt geiles Spot hier. Ich bin wieder da. Hallo Legio. Hallo. Wir spielen gerade Walkers heute. Kannst gleich hinterherjoinen. Ja. Ich bin schon mal so weit. Boah. Ah, du bist... So, ich bin bei euch jetzt hier. So, ich stell mal hier in den Geschütz hin. Kann nicht schaden. Dann gehen wir auf die andere Seite rüber. Okay. Also ich geh zumindest. Ich glaub, Legatus sollte mal hier bleiben. Da kommt einer. Ich bleib hier. Hilfe Legatus. Würde ich vorschlagen. Da kommt einer rein. Dankeschön. Ah, oh komm. Oh nee, der Geschütz hat mein Boss hier geklaut. Hängen. Achtung, bei euch sind welche. Ich helfe mal wieder. Das sind zwei oder drei. Die gehen außen entlang, glaub ich. Ich bin draußen und räume auch. Nein, es hat nicht mehr gereicht. Schade. Hätts bei ja noch geschafft. Aber mein Geschütz räumt gut ab. Ist das unser Gas, oder? Na, wenn's ein roter Granatrot zu sehen ist, oder? Dann ist das gegnerische. Ah, wir haben beide sehr gut. Uh, das war knapp. So. Ich hab nicht gesehen, dass da einer von hinten eingeschossen hat. Fahrzeug zerstört gerade. Auch nicht schlecht. Hier, die kommen wieder von vorne. Alle Gartos, du hast sie im Griff. Ich hab noch einen Schild weggewirkt. Hängen. Ah, das Tropfschild geht, glaub ich, ganz gut so. Hilfe, Legano! Sie kommen von vorne! Ich komme! Dankeschön! Boah! Die Rebellen kontrollieren die Abliegen von Solo! Perfekt gelöst! Wir müssen sie deaktivieren! Sonst nehmen uns ihre Y-Wing-Bomber aufs Kopf! Wer da? Rebellen in der Zone! Der Schmuggler, Han Solo! Wer ist in eurem Quadrant? Ja! Wir müssen die Zone immer noch Pulskanonen gegen die Helden einzusetzen, obwohl der Schaden jetzt deutlich reduziert wurde. Boah! Glückstreffer hab ich aber gerade von, äh, von Solo. Von Han? Ja. Okay, die kommen jetzt gleich von links. Ah, die kommen von allen Seiten hier, Leute. Na, das halten wir schon. Nein! Von allen Seiten, ey! Da kommen sie gerade. Ich wollte einen Racket auf mich schießen. Was war denn das? Eine Armbrust. Oh, jetzt fängt das wieder an. Ja, die Armbrust ist ja nicht schwach. Die ist ja besser geworden seit dem Patch von Outer Rim. Ja. Boah, eigentlich hatten wir jetzt eine Zeit lang eine Ruhe bekommen. Genau. Na, die haben nur vor allem, dass die Schüsse jetzt mehr konzentriert sind, mehr nicht. Ach, jetzt gab's den Hüten an. Jetzt ist der Schlauch. Ah, hier draußen ist, äh, Han Solo. Was? Und, er wirkt. Endlich hat Solo für seine Verbindung. Hätte ich ihn eigentlich gerade noch einfrieren können, ne? Ja, das wäre eigentlich gewesen. Hab jetzt nicht mehr dran gedacht. Das kann man sogar machen. Ja, das hab ich gesehen. Auf, ähm... Gäste die Karte nochmal, ähm... Ähm... Carbonite Freezing Champions. Scheiß wird hoch. Ich bin bei dir, Javi. Okay. Ich glaub jetzt... Müsst ihr gleich der AT-AT durchfahren. Ist bei euch liefst echt keine? Ne, wir sind auch gut. Nein. Haben alle Spaß. Ja. Was? Läuft ja ganz gut bei uns im Team. Wir haben jetzt die Runde davor schon gewonnen. Und die gewinnen wir jetzt auch hier. Oh, die haben ja einen Uplink eingenommen. So, jetzt kommen wir gleich stürmen. Hier Legatus. Boah, längst sind zwei drin. Ah, danke. Da ist noch eine, längst von dir. Wo denn? Da unten drin oder wo? Was war denn das? Ach, jetzt ist noch da hinten rum. Ist ja schlau. Ist ja mal schlau. Ist abgelenkt. Wieder zwei Kills in dem Disruptor-Gewehr. Läuft. Nein. Na, ich bin auf 14. So, mein Explosivschluss ist bald komplett weg hier. Muss ich ja neu kaufen. Nee. Alles verbraucht. Ja, ich hab noch drei Schuss. Ähm. Links oder rechts? Äh, ich würd sagen, äh, rechts. Ach, das war ein Rodiana. Scheiße. Das ist gefährlich. Von der Blasterkrone sieht man jetzt nicht mehr die Schüsse richtig, weil die ja genauso aussehen wie die anderen. Die Map ist so groß. Boah. Hier wär's glaub ich viel cooler, wenn wir nochmal vier Spieler pro Team mehr hätten, oder? Klar. Das ist ja mal 16 gegen 60, ne? Ja, eben. Ja, eben. Wird mich aber echt mal interessieren, ob man jetzt... Nein, Conny. Das hat mir abgefasst. Bitter. Tut mir leid. Ja, wie ist denn das? Ja. Nein! Rechte. Nein! Komm bei mir, schnell! Ich bin drinnen. Da kommen jetzt ein paar. So wie es aussieht. Oh ja. Ich werd danach mal Sperrfeuer mitnehmen, ja? Okay. Zwei Leute! Drei Leute! Ich hab vier Schuss-Explosive E-11 in das Cloud-Car reingeschossen und das war weg. Noll. Verschwendung. Granate! Achtung! Lando ist da! Achtung, Lando! Denn Luca noch ist hier. Hier. Ich hab überlebt, aber... Lando hat's trotzdem nicht auf dich zu kommen. Die Rebellen haben den Uplink aktiviert. Vorrücken und abschalten! Oh, da ist Lando direkt bei dir? Ja. Ja. Ja, hier Sperrfeuer für ihn. Perfekt. Hat gesessen. Ah, ist fast tot. Glaub ich. Hat nicht mehr viel. Boah! Boah! Ah! 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 Nachdem du gesagt hast, bin ich reingestürmt und naja. Man sieht ja, was draus geworden ist. Oh scheiße. Ja, gehen wir auf den Link. Nö, ich hau Sperrfeuer rein. Ich bedräng den jetzt. Nein! Jemand hat noch den Helden. Ja, ich hab ihn auch gesehen. Ich hätte schon nochmal wieder gespielt, also so ist es nicht. Ah, schade, da waren zu viele. Ah, Dengar ist auch nicht schlecht gerade. Ja. Die Bombe der Rebellen haben unseren Kampfläufer als Ziel erfasst. Oh, Lando. Lando ist wieder drinnen. Ja. Er will mich. Ah, er kriegt noch nicht. Ja, Lando ist getroffen. Lecker. Super. Oh, Conny, der KD hat sich um 0,01 verschlechtert. War's wirklich? Ja. Ah, ich bin immer noch 1,99. Bist nicht reingekommen ins Spiel, oder? Nee. Ach, schade. Ja. 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 Setz mal auf den linken hier, bitte. Das nehmt einer mit einer SC-15-E in der Gegend rum. Ich weiß schon, wenn ich jetzt eine Kurzkanonne hole. Da ist auch einer jetzt. So, geschützt ist weg, Alter. Wie kann Dengar schon so viel überpacken? Wo sind die? Äh. Sind überall. So, den linken Uplink haben wir jetzt. Jetzt haben wir nicht mehr. Und Juppie ist tot. Hahaha. Einer ist oben auf dem Dach. Den hab ich gesehen. Bei welchen? Oh, das war zu schwer zu sehen. Ich glaub hier. In der Mitte. Okay, dann spring ich da jetzt gleich drauf. Ja, ich probier's auch mal auf. Welche Phase seid ihr? Oh, ich hab mir hier mal einen ATF-T geholt. Hahaha. Okay, da unten. Achtung, ich muss weg. Ja, ich schütze dich. Hier oben ist einer, hast recht. Ja. Nein, er hat überlebt. Mit 6. Oh, ich bin runtergefahren. Gib Channel. Oh. 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 Schwere Laserkanone aufgeladen und feuerbereit. Feindliche Einheiten in der Nähe. Okay. Okay. Wenigstens hab ich noch fucking... Alter, wie oft hab ich den getroffen und der ist nicht gestorben? Gut, ich geh jetzt nicht mehr rein. Das hört mir nichts. Oh, unser AT-Arts ist gleich weg. Fuck, wir können das verlieren. Wow. Woher denn? Orbital Strike hab ich gesehen. Kann ich fliegen? Ja, Flieger kann auch sein. Okay, der ist tot. Komm mit dir. Oder auch nicht, für so schnell bin ich nicht. Es wird knapp. Es wird knapp. Es wird tau. Dünn. Oh, knapp. Yes. Knappes Ding. Los, macht den Gutsporter platt. Yes. Und ich habe mein Headset rausgezogen. Yes. Ja Leute. Das heißt, ihr könnt die anderen jetzt grad nicht hören, aber ich kann trotzdem schon die Aufnahmen wenden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt auch mal oder einfach mal in die Kommentare rein. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder von Star Wars Battlefront. Ansonsten würde mich auch sehr interessieren, wie das euch gefällt. Also Like und Abo würden mir signalisieren, euch gefällt's. Ansonsten bei Twitter und Facebook teilen würden mir sehr helfen. Und in dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und möchte euch jetzt damit auf dieser Endkarte begrüßen zu einer wundervollen Musik und möchte euch einfach mal darauf hinweisen, dass ich noch mehr Videos gemacht habe als nur Battlefront. Und ihr könnt vorbeischauen, wie gesagt, bei der letzten Folge. Ihr könnt aber auch vorbeischauen bei anderen Star Wars Projekten, die ich schon gemacht habe. Ich habe zum Beispiel auch den Forster an Licht mit euch durchgespielt oder Star Wars Jedi Academy oder Jedi Outcast genauso wie auch Empire at War. All so eine Spiele habe ich auch schon gespielt. Doch Star Wars ist nicht das einzige Thema, mit dem ich mich auch beschäftige. Denn zu mir gehört Total War genauso dazu wie auch andere Spiele. Und da könnt ihr natürlich auch gerne reinschauen auf meinem Kanal. Kann ich euch echt nur ans Herz legen. Des Weiteren würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und in dem Sinne, falls ihr mit mir zusammenzocken wollt, Cornelius Drag heiße ich auf Origin. Ich würde mich adden und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. In dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.